So, herzlich willkommen zurück, weiter geht's bei Let's Play Sleeping Dogs, wir müssen jetzt erstmal weiterlaufen, sind ja jetzt aus dem Knast wieder draußen, da hat sich ja schlussendlich doch rausgestellt, dass wir Polizisten sind, bin ja auch ganz froh drüber, wenn ich das so sagen darf. Hey, Jumei, how are you, baby? Jackie, you know my parents don't want you to talk to me. Your parents don't even know me. Once we get to know each other, they'll love me. Leave him alone! Die wollen Ärger haben, habe ich so im Gefühl. Ja man, okay, X, machen wir ein paar Kompos, jetzt gibt's auf die Fresse her. X halten für einen schweren Schlag, ist jetzt so ein bisschen Tutorial-mäßig. Schlicht hier. Oh, ja man. So, bam, komm her. Die Sch... machen auch gar nichts hier wirklich. Sie können bis zu vier Schläge kombinieren, indem die Eigenkopf in einen Sperrenangriff abschließen. Ja man, komm her. Ja man, komm her. Ich hatte nichts mehr zu melden. Wie viele kommt denn jetzt noch? Ach, fucker! Ey, wir sind eine richtig coole Sau, Mann. Ich darf nur sagen. Angriff blocken. Ach nee, blocken, einen Gegner zu packen. Okay, mit X packen. Richtung schmeißen. Ja man. Aufs Fressbrett. Können wir hier noch mehr machen? Komm her, ja, ja. Was ist hier mit? Ja man. Komm her, ja. Und bam. Auf die Kaulei selbst, ja. 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 Wenn wir nichts mehr zu melden, die kleinen Pisser. Wenn wir nichts mehr zu melden, die kleinen Pisser. Das wär geschafft. Jetzt kommt der Big Boss hier. Gegner packen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Was machen sie dir in Amerika, Mann? Ja, ja. Ja, ja. Ich sehe zu schade. Ja, ja. Ja, ich bin okay. Ja, ich bin okay. Ja, ich bin okay. Ja, ich bin okay. Ein paar, die verdammelte Arschlöse. Also, alles ist cool? Ja, du bist willkommen, irgendwie. Komm her, Jacky. Lass uns mal sehen, Winston. Wir reden mit Winston, ja. Wird wohl das Beste sein. Hier wir sind. Winston's Mom hat das Restaurant. Old Prosperity. Like us. Hochschi all day, ma. Ways old school, you know. I grew up with the guy. Old Prosperity, huh? Ich bin auf vacation. Jacky said you were looking for people. Oh, Jacky. Oh, yeah. No, 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 no. You should have seen it, Winston. Why didn't you just beat up like ten of dog eyes guys in the market by himself? Hey, man. They attacked us. Seems to me you could use some better help. Winston, I don't like this cocky little fucker. Wait, 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 wait a minute. Haha. Dangyatsang. I do remember you. You had a sister, right, Hamaya? Yeah. Namie. Namie. Namie Shen. I remember her. Hang on with all guys. Hmm. No offense. Tanna is so tough out. Haha. Where is she now? She's dead. Not at all. Sorry. Oh, you see her. So, ten guys, huh? You feel this? I just crazy. Try capable. We'll see. Conroy. You know that problem we got in the market? Why don't you take away with you? Hey Jackie. Give me a second. I wanna hear more about your friend. Alright. You wanna be a tough guy? Hey. Let's see if you can handle yourself. Dude. See what he's got. Great. That's all I fucking need. Oh, no. Okay. Hey. I'm a tough guy. That's everyone. You like that? Hey. Hey. Come on. Come on, Conroy. You can get it. You think you're hot shit, huh? Let's see what happens when shit gets for you. That all you got? Come here here. Bruce Lee is a shit gegen mich. Yeah, man. Ah, come here. Zack. Come on. Fight back. Why don't you get out of here? Huh? Yeah, man. Ah, come here. Zack. Come on. Fight back. Why don't you get out of here? Huh? Come on. Come on. Come on. Hello, boys. Holy shit. Oh. I'm pissed off. Hey. What are you doing? Boss. We were just leaving. Let's go. And it was just getting interesting too. Winston. My old friend. So good to see you. How's your family, huh? What do you want, dog eyes? Oh, Winston. Wait, wait, wait. Brother. I just came to talk to you, man. For old time's sake. Let's want something out here, okay? We can share the night market, huh? We're both sung on eat. Both grown men. We shouldn't be fighting like children. Hey. Who's the new blood? It's Wei. You remember Mimi Shen? Back when you first started getting girls with Big Smiley? Oh, Mimi. Oh, yeah. First girl ever sucked my cock. So what? Wei's your brother. And then I was the first guy who ever stabbed you. You remember me now? Whoa, 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 whoa. Wait. What the fuck, man? Seriously, Wei. I apologize. I'm really sorry. Your sister blew me. The night market is mine, dog eyes. You got Siua in the warehouse. That was the deal. So stay the fuck out. Hey. Tell your sister give me a call, huh? I wouldn't mind giving her a mouthful. He hasn't changed. Yeah, he has. He used to be my friend. Jackie. You do go to the night market. You make sure people understand that I'm in control. Not dog eyes. Got it? Got it, boss. Moment. And you fuck up anybody who tries to get in your way. I want to send a fucking message! Yeah, my, a fucking message. Hey, hey, hey! Welcome. Now we go. Ich werde mal hoffen werden. Ja, darf ich mal. Bitte, danke. Nein, du? Was? Winston ist der Boss. Aber als wir Kinder waren, warst du die einzige Person, die mich liebte. Du warst mein bester Freund, Mann. Das bedeutet mehr als ein Boss, weißt du? Joey Kwan zahlt Pirate DVDs. Wir beginnen mit ihm. Okay, fangen wir mit dem hier an. Erpressung. Treiben Sie Schulden ein. Hey, little brother. Wir arbeiten für Winston. Ich verstehe. Wie kann ich dir helfen? Winston läuft dieses Platz und wenn du keine Probleme möchtest, kannst du ihm. Natürlich, kein Problem. Okay, das ging ja. Gehen Sie zum Händler, das ging ja eigentlich relativ fix. Moment, ich muss ja noch was machen. Achso, nee, ich muss jetzt erstmal wieder an meinem Freund hierherher, glaube ich. Wo ist er denn? Darf ich mal? 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 Es sieht schon cool aus, muss ich sagen. Sieht schon cool aus. Ja, das ist dein Nächster. Der sieht so aus, als ob er Ärger machen würde. Was? Wir holen ihn für Winston. Winston? Doch, ich sagte, er ist in charge hier. Wir sind hier, um das zu erklären. Was? Wollt ihr sein, den wir benutzen, um die Verlusten zu lösen? Ich bin nicht aufgeregt, euch. Ich bin nicht aufgeregt, euch. Ich bin ein schwerer Mann. Ich bin ein schwerer Mann. Hier kann ich mal telefonieren. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich werde bezahlen. Ich bin glücklich, ich konnte dich sehen. Ich bin nicht glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Oh nein! Ja, Mann! Ärger machen hier, bis dann auf falsche Adresse, mein Freund. Ich glaube, du hast ihn töten. Er wird alles gut. Er wird nur noch ein paar Mal trinken. Okay, und weiter Schulden eintreiben tun wir in der nächsten Folge, meine Freunde.